Willkommen aus München mit dem Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor, der wie ihr sehen könnt, gerade hier auf einem Tablet PC läuft. Und der Tablet PC ist auf eine 4K Fernseher angeschlossen, wo wir natürlich ein spezielles Menü angeschlossen haben, was ich hier mit der Android Oberfläche bedienen kann, die natürlich besser angepasst ist. Und das coole ist hier, dass wir nicht so ein normales 4K Video hier abspielen können in wirklich geniale Auflösung, sondern ich kann auch sagen, ich würde 4 1080p Videos nebeneinander eingezeigt haben. Die sind alle auf dem Tablet hier gespeichert und die werden alle nebeneinander abgespielt. Aber wir können auch zum Beispiel 4 Fernseher an ein System anschließen mit dem Snapdragon 800 Prozessor drin, also 4 Fernseher zu Hause. Und auf jedem Kanal ein anderes Full HD Video abgespielt werden, wie ihr seht, was alles wirklich die Leistung hier herbringt. Wir können natürlich noch andere Sachen machen, natürlich hier zum Beispiel die Android Apps aufrufen. Das ist natürlich eine Standard Android Oberfläche und dann können wir einmal hier Full HD weiter gucken, Browsen, E-Mailen, Einstellungen und so weiter, alles möglich, worauf wir natürlich auch spielen. Ich finde am beeindruckendsten ist es 4K anzuschauen, aber auch Picture-by-Picture, Picture-in-Picture und andere Möglichkeiten gibt es hier natürlich. Ja, das war eigentlich ein kurzes Hands-On hier mit einem Qualcomm Snapdragon 800 System Finanzen Showtab aus Berlin von 2013. Finanzen Showtab nochmal und vergesst nicht den Channel zu abonnieren. 12 Jahre, 12 Jahre, 23 Jahre, 23 Jahre, 23 Jahre, 24 Jahre lang so sehr hart und vermischt sich das Tier in den Sturkisch. Im nächsten Jahr, 23 Jahre, 28 Jahre, 28 Jahre Jahre, 25 Jahre, 28 Jahre, 29 Jahre, 22 Jahre, 22 Jahre, 23 Jahre, 23 Jahre